Wenn man 946 Millionen Kaninchen nimmt, sie ausschließlich mit Koks und Viagra füttert und mit Barry Manidow beschallt, entspricht die Kaninchenmenge nach fünf Jahren etwa der durchschnittlichen Jägeranzahl auf einem handelsüblichen WoW-Server. Doch was bringt all diese Menschen dazu, einen Jäger zu spielen, statt wie gewöhnliche Psychopathen mit ausgestopften Frettchen in Barbie-Klamotten Bibelszenen nachzustellen oder gut gelaunt die Nachbarn zu zerhaken und fein säuberlich in beschrifteten Tupperdosen auf den Nachttisch zu stellen? Erklärungsversuche Zunächst einmal gibt es zwei Sorten von Jägern. Nun gut, mancher mag sagen, es gibt eine Sorte von Jägern, die überflüssigen, und das ist inhaltlich natürlich richtig. Diese teilen sich allerdings wieder in zwei Unterkategorien. Typ A hat einen Namen wie Fast Fragger, Power Sniper oder Alley Killer und spielt zusammen mit seinem Schurkenfreund Shadow Death und Schattenpriester Face Meltor bei der Gilde Lords of Onage. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, diese Form von Jäger entstand durch einen Wurm in der Counter-Strike Steam-Software, der es unter 14-jährigen Aim-Bot-Benutzern kurzzeitig erlaubte, sich aus dem Counter-Strike-Interface heraus, via Konsolenbefehl slash Char-Copy einen Jäger in World of Warcraft zu erstellen. Typ B hat einen Namen wie Hans Martin und ist ansonsten so kreativ wie Phipps Asmussen. Wenn es hochkommt, heißt sein Pad nicht Katze, sondern Hund, und wenn er einen literarischen Erguss hatte, heißt sein Bär Him-Bär, Bär-Bell oder Hubschraub-Bär. Versteht ihr? Hubschraub-Bär. Krach! Weil es halt ein Bär. Hubschraub... Der Sonne so abfeuert, dass er den gesäppten, den gesheckelten und den geschiebten Mob trifft, nur um einen Nanosekundenbruchteil später mit militärischer Präzision und tapptaste Serpent-Sting genau den Mob zu dotten, den er in seine eigene Eisfalle zieht. Hilfreich beim Wipen ist generell auch sein Pad. Es kennt drei Einstellungen. Passiv, defensiv und aggressiv. Oder wie ich sie gerne nenne, hirntot, verbackt und grenzdebil. In Haltung 1 verfällt das Pad in eine Art chromatösen Winterschlaf und ist zu nichts zu gebrauchen. In Haltung 2 sprintet es zu ausgesucht unpassenden Anlässen und ohne Vorwarnung wie ein panierter Biber in die nächste Mobgruppe und in Haltung 3 verhält es sich etwa so wie ein tollwütiger Mike Tyson auf Crack. Die zweite Aufgabe des Jägers im PvE ist es, auf das Loot der echten Klassen zu würfeln. Die Vorgehensweise hierbei ist wie die eines Krokodils, das auf Beute wartet. Meist ist der Jäger Autoshot AFK auf Follow und bewegt nur gelegentlich die Maus, damit der Bildschirmschoner nicht anspringt. Nach einem erfolgreichen Bosskill allerdings ist er plötzlich hellwach und drückt die Greed-Würfeln-Groove-Say Die dritte Aufgabe ist den verhaltensgestörten, Klammer auf, meist Nachtelfen, Klammer zu, Tourette-Syndrom-Jägern vorbehalten. Das sind die, die in unbestimmter Reihenfolge permanent sämtliche Knöpfe ihres Interfaces hämmern und dabei hüpfen, wie ein Vierjähriger, der bei der Weihnachtsaufführung des Kindergartens den Hirten spielt und noch vor seinem einzigen Satz sehr den Stern tierisch dringend pinkeln muss. Dieser Jäger kennt zwei Verhaltensmuster, AFK und Panik. Wenn er also nicht gerade AFK ist, passiert meist etwa folgendes. Autoshot, ah, Agro, Hilfe, hüpfen! Scattershot, Agro, brauche Heilung! Fendeth, Agro, Hilfe! Was durchschnittliche Instanzheiler für gewöhnlich etwa zwei Jahre ihres Lebens und einen sicheren Bypass kostet. Und anstatt bei einem Wipe wie ein Mann zu sterben oder wenigstens wie ein Schurke zu venischen, in Komme zu bleiben, Preparation zu drücken, in Komme zu bleiben und dann wie ein richtiger Mann zu sterben, stehen besagte Jäger, wenn der Staub sich in Form von marodierenden Elitebossen gelegt hat, meist mit diesem Warwas-Hüpfer freudig auf. Und dabei haben sie genau das Grinsen in der Fresse, wie diese Streber-Potzer, die bei Lateinklausuren immer den Zahlenkombinationen-Aktenkoffer in die Mitte des Tisches gestellt hat, sodass man nicht abschreiben konnte. Merkt euch für diese Jäger einen einfachen Satz, den ihr immer genau dann anwendet, wenn sie ausnahmsweise mal wirklich tot sind und um einen Rest bitten. Er lautet wie folgt. Pass mal auf, du Aushilfspausen-Clown! Nicht mit Commander! Wer die Heiler verarscht, der läuft! Interessanterweise glauben viele Jäger auch im PvP mit Fane Death ihrem tatsächlichen Spielzweck, aka Tod, entgehen zu können. Die Szene. Jäger hüpft mit 100% AP wie Rotkäppchen fröhlich trellernd durch die Gegend. Jäger bekommt einen Hit ab. Jäger liegt tot auf dem Boden und sein Pad steht mit fragendem Gesichtsausdruck daneben. Wer genau, bitte, soll auf diese schauspielerische Leistung der Qualitätsstufe Dolph Lundgren meets Jean-Claude Van Damme hereinfallen? Na gut, Außerkriegern. Wie dem auch sei, Weidmannsheil wünscht Barlow!